Mini-Abenteuer Als Kokosnuss und Mathilda an die Drachenfalle geraten, aus dem Buch Der kleine Drache Kokosnuss und der schwarze Ritter. Kokosnuss und Mathilda begleiten Onkel Ingmar ins Reich der Ritter, wo er den Drachenbaum bewachen soll. Doch alles geht schief. Onkel Ingmar wird vom schwarzen Ritter gefangen genommen und Kokosnuss und Mathilda sind in eine Drachenfalle gefangen. Walter von der Blumenwiese Kokosnuss und Mathilda sind so tief gestürzt, dass sie bewusstlos am Boden des Erdloches liegen. Erst als die Dämmerung einsetzt, wachen sie auf. Wo sind wir hier? fragt Mathilda. Kokosnuss sieht sich um. Das, ah, Autsch, ist bestimmt eine Drachenfalle. Mathilda schaut an der steilen Erdwand empor. Ob du bis dort oben hinauffliegen kannst? Ich versuch's, antwortet Kokosnuss, breitet seine Flügel aus und flattert angestrengt in die Höhe. Er probiert es noch einmal und noch einmal, aber er schafft es immer nur bis kurz unter den Rand. Äh, das hat keinen Zweck, sagt er atemlos. So kommen wir hier nicht heraus. Psst, zischt Mathilda. Da kommt jemand. Kokosnuss horcht. Stimmt, da singt einer ein Lied. Ach, ich armes Walter Rübchen, kehrt zurück ins Dichterstübchen. Im Herzen nichts als Traurigkeit. Verloren ist die Holdemeid. Vermeht wird sie mit dem schwarzen Ritter. Das ist mein Ende. Oh, wie bitter. Zuhilfe! Zuhilfe! Schreien Kokosnuss und Mathilda. Da bricht das Lied ab und Schritte nähern sich. Die Schritte werden langsamer. Plötzlich ist es still. Jemand beugt sich über den Rand des Erdloches. Kokosnuss erkennt einen Mann mit einer langen Nase. Hallo? Ist da jemand? Fragt der Mann. Vorsichtig tritt Kokosnuss aus der Ecke heraus. Ja, äh, hallo. Der Mann weicht erschrocken zurück. Ein Drache! Genau, ich bin Kokosnuss. Und wer bist du? Äh, stottert der Mann. Ich bin Walter von der Blumenwiese, der Minnesänger. Sehr erfreut. Hilfst du uns aus dem Loch heraus? Wieso uns? Ist da noch jemand? Da tritt Mathilda hervor. Ich bin auch noch da. Ein Stachelschwein, ruft Walter verblüfft. Gestatten? Mathilda, sagt Mathilda. Hilfst du uns nun heraus? Fragt Kokosnuss. Weiß nicht. Wenn ihr hier oben seid, dann speist du bestimmt Feuer. Aber nein, dafür habe ich gar keine Zeit. Ich muss nämlich meinen Onkel warnen, sonst tappt er in eine Honigfalle. Honigfalle? Ja, der Schwarze Ritter will meinen Onkel mit einem Fass Honig in eine Falle locken. In dem Honig ist nämlich Schlafmittel drin. Schlafmittel? Sagt Walter. Ich fürchte, ihr kommt zu spät. Der große Drache liegt schon gefesselt auf dem Burgplatz. Der Schwarze Ritter hat erzählt, dass er ihn in einem schweren Kampf besiegt habe. So ein Angeber, ruft Kokosnuss wütend. Dieser blöde Schwarze Ritter könnte doch meinen Onkel Ingmar niemals besiegen. Oh nein, was machen wir jetzt bloß? Walter lässt den Kopf hängen. Weißt du, seufzt er, ich bin auch ganz traurig und wütend. Der Schwarze Ritter bekommt nämlich die Tochter des Burgherren zur Frau. Dabei liebt sie doch mich und ich liebe sie. Aber ihr Vater hat sie dem zur Frau versprochen, der den Drachen besiegt. Jetzt ist alles zu spät, denn schon morgen soll die Hochzeit stattfinden. Da sagt Kokosnuss. Aber wenn wir Onkel Ingmar befreien, dann ist es nicht zu spät. Walter erschrickt. Den großen Drachen befreien? Seid ihr verrückt? Der wird doch die ganze Burg zerstören. Kokosnuss grinst. Und wenn du gegen Onkel Ingmar kämpfst und gewinnst? Ich? Der macht doch Apfelmus aus mir. Aber nicht, wenn er dich gewinnen lässt. Mich gewinnen lässt? Aber der große Drache speit doch Feuer und ist furchtbar gefährlich. Ivo, sagt Mathilda. Onkel Ingmar ist ein ganz verträglicher Typ. Wenn wir ihn bitten, dich gewinnen zu lassen, dann macht er das. Seid ihr sicher? Klar, sagt Kokosnuss. Erst verkohlt Onkel Ingmar dem schwarzen Ritter den Hintern, dann kämpfst du gegen ihn, gewinnst und bekommst die Tochter des Burgherrn zur Frau. Aber nur, wenn du uns jetzt endlich hier herausholst, fügt Mathilda hinzu. Walter überlegt. Hm, klingt gar nicht so übel. Schnell holt er einen langen Stock und lässt ihn hinab in die Grube. Als die drei auf Walters Pferd den Weg zur Burg hinaufreiten, ist die Sonne bereits untergegangen. Und so können Kokosnuss Mathilda und Walter im Schutze der Nacht ihren Plan in die Tat umsetzen. Willst du mehr Videos zu Kokosnuss-Abenteuern sehen? Dann klicke auf das Videobild, um zu den anderen Geschichten zu gelangen. Musik 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 Musik